Hallo und herzlich willkommen zu den Schüler im Medien Tagen 2021. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause und scrollt durch Facebook oder Instagram und ihr stoßt auf einen Artikel. Es geht um das Coronavirus und darum, wie es sich verbreitet und ihr denkt, das klingt ganz interessant, da klicke ich mal drauf und dann landet ihr bei einem Blogbeitrag. Und jetzt fragt ihr euch, ist es jetzt wahr, was da steht oder sind es Fake News? Wie ihr das herausfinden könnt, darum geht es hier in der kommenden Stunde bei unserem Talk Falschinformationen erkennen und entlarven. Die Schüler Medientage finden zum dritten Mal statt. Sie sind organisiert von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in Kooperation mit der Mediaschool hier in München, wo wir auch gerade sind, in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und mit ganz vielen Medienhäusern aus Bayern. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und zugeschaltet habt, weil für euch machen wir das Ganze. Und wir laden euch auch ein, nicht nur einfach zuzuhören, sondern auch eure Fragen zu stellen. Das könnt ihr machen über das Tool Slido. Wenn ihr da noch nicht eingeloggt seid, fragt gern nochmal eure Lehrkräfte, wie das funktioniert. Wenn ihr dann eine Frage über Slido stellt, dann kommt die direkt hier zu mir auf das Tablet. Vorher aber landet sie noch einmal bei unserem Team. Die sortieren ein bisschen vor. Es kann ja sein, dass zwei Leute von euch dieselbe Frage stellen wollen. Und wir rechnen auch damit, dass wir extrem viele Fragen für dieses Panel bekommen werden, weil so viele Klassen zugeschaltet haben. Ich werde mein Bestes geben, zu versuchen, alle Fragen zu stellen. Kann sein, dass es nicht ganz funktionieren wird. Aber ich denke, die wichtigen werden wir auf jeden Fall dabei haben. Und die werde ich dann an unsere Gäste weiterleiten. Unsere Gäste, das sind Lena Ling und Benjamin Schwerzler von der Allgäuer Zeitung. Lena ist Volontärin in der Allgäuer Zeitung. Das heißt, sie macht dort gerade ihre journalistische Ausbildung. Sie ist seit einem Jahr mit im Team, im Digitalteam, um es genau zu nehmen und ist dort auch für Social Media zuständig. Und Benjamin Schwerzler ist schon seit 17 Jahren bei der Allgäuer Zeitung. Er ist der Digitalbeauftragte. Lena Benjamin, schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich auch. Wir werden heute über zwei Themen sprechen. Einmal darüber, wie ihr Fake News erkennen könnt und wenn hoffentlich dann Zeit ist, auch darüber, wie ihr vertrauenswürdige Quellen findet. Eine kleine Vorwarnung noch für euch, bevor es losgeht. Wir werden euch an einer Stelle ein gefälschtes Foto von einem Prominenten zeigen und wir werden euch dann fragen, wie ihr damit umgehen würdet, wenn ihr so ein Bild seht, wie ihr prüfen würdet, ob das denn wahr sein kann oder ob es eine Fälschung ist. Und das könnt ihr direkt über Slido dann hier tun. Bevor wir so tief einsteigen, fangen wir aber am Anfang an. Benjamin, was sind denn überhaupt Fake News, also Falschinformationen? Also prinzipiell, wie du schon richtig sagst, sind Fake News falsche Behauptungen, bewusst falsch dargestellte Nachrichten, die sich entweder als Texte oder als Videos oder als Fotos verbreiten. Das sind meist unbewiesene Behauptungen und die haben ein ganz klares Ziel, nämlich die Öffentlichkeit, beziehungsweise denjenigen, der sie liest, zu manipulieren und ihm irgendeine falsche Tatsache unterzuschieben. Jetzt haben uns die Klassen teilweise auch schon Fragen vorher gestellt und da fragte die berufliche Oberschule in Scheyern, wie viel Prozent der Infos im Netz sind denn Fake News? Kann man das überhaupt beziffern? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das würde viele Journalisten auch interessieren, dass man einfach Fake News ein bisschen greifbarer macht. Man kann es aber so pauschal tatsächlich gar nicht sagen. Das liegt wohl zum einen daran, dass es eine wahnsinnige Bandbreite an News gibt, die täglich online gehen oder täglich gestreut werden, dass man das gar nicht richtig eingrenzen kann, wo da Fake News anfangen und nicht. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil die Grenzen da einfach sehr, sehr verschwommen sind. Also es gibt natürlich News, die haben einen Wahrheitsgehalt, da werden aber vielleicht einzelne Fakten dann doch weggelassen. Kann man dann schon von Fake News sprechen oder nicht? Das wird meistens von Einzelfall zu Einzelfall entschieden. Also da sehen wir schon, die Abgrenzung ist relativ schwierig. Wie kommt es dann aber, dass sich Fake News so schnell verbreiten? Also dazu muss man vielleicht auch ein bisschen wissen, was im Internet so alles passiert. Also wenn man weiß, wie viel im Internet überhaupt an Nachrichten ausgetauscht wird, sieht man schon, also in einer Minute im Internet werden 350.000 Tweets bei Twitter beispielsweise geteilt und über eine halbe Million Facebook-Kommentare abgegeben. Das aber nur in einer Minute. Also da sieht man schon, es passiert sehr viel im Netz und da ist natürlich auch sehr viel dabei, das nicht der Wahrheit entspricht. Und wir sind da auch schon bei den sozialen Medien mit dabei. Die spielen eine sehr große Rolle, seit Facebook, WhatsApp, Twitter, was auch immer, seit die so beliebt sind und so stark genutzt werden. Denn man muss nur einmal mit der Maus klicken und schon ist eine Nachricht verbreitet. Und das ist die Problematik an der Geschichte. Wir sind immer online, jeder kann senden und dadurch werden natürlich auch viele Nachrichten einfach ungefiltert weiterverbreitet. Du hast ja gerade gesagt, jeder kann senden. Und dazu gibt es eine Schülerfrage bei uns von der 9. Klasse aus dem Ostendorfer Gymnasium in Neumarkt. Da fragt jemand, kann man denn für die Verbreitung von Fake News bestraft werden? Ja, es ist tatsächlich ein relativ schwieriges Pflaster. Also Lügen per se, soweit ich weiß, steht ja nicht unter Strafe. Kritisch wird es, glaube ich, dann, wenn Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Also wenn wegen übler Nachrede oder Verleumdung, wenn es in die Richtung geht, dann muss man tatsächlich aufpassen. Da können dann meines Wissens nach auch Geldstrafen drohen oder sogar noch mehr. Genau. Und noch eine weitere Schülerfrage. Jemand fragt, ob es den Trend Fake News erst seit kurzem gibt oder ob das nicht eigentlich schon immer irgendwie da war? Also den Trend zu den Fake News gibt es natürlich, sage ich mal, schon ein paar Jahre. Hat eben mit der zunehmenden Nutzung sozialer Medien zu tun. Aber natürlich in den letzten Jahren hat das Ganze zugenommen, weil eben viel mehr Menschen online sind. Und natürlich im letzten Jahr, seit Beginn der Corona-Pandemie, hat sich dieser Trend sicher noch verstärkt. Was natürlich daran liegt, dass es ein Thema ist, das alles sehr, es betrifft jeden und es ist emotional sehr stark aufgeladen. Und da haben wir schon auch einen Punkt, der bei Fake News immer wieder vorkommt. Fake News spielen mit Emotionen. Das bedeutet, man versucht Menschen emotional zu packen und sie dazu zu bringen, Dinge zu glauben oder weiterzuleiten, ohne dass man selber drüber nachdenkt. Wer steht denn dann oftmals dahinter? Kann man sagen, da gibt es so Absender, die das immer wieder tun? Also es gibt bestimmte Personengruppen, die da anfälliger dafür sind, Fake News zu verbreiten. Das ist generell so, dass Fake News ja immer auf einer emotionalen Ebene basieren. Also wenn Leute jetzt gerade in der Corona-Krise sind, sind viele einsam durch die Kontaktbeschränkungen. Viele sind verärgert vielleicht. Auch viele machen sich Sorgen. So eine Pandemie ist natürlich auch eine Ausnahmesituation. Dass Leute da anfälliger sind und natürlich dann auch mehr vor den Bildschirmen und beziehungsweise in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, ist klar. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass vor allem Personengruppen, die zum Beispiel in ihrer politischen Meinung sehr, sehr festgefahren sind, also die da schon eine klare Meinung zu haben und andere Meinungen da wenig offen gegenüberstehen, dass die anfälliger sind, Fake News zu verbreiten. Gar nicht mal mit der Intention teilweise wirklich falsche Nachrichten zu streuen, sondern denen geht es oftmals auch einfach nur darum, die jetzt in dem Fall politische Gegenseite zu verärgern. Da sind wir jetzt gerade bei den Absendern von Fake News. Wie ist denn das? Wer sind denn die Adressaten sozusagen? Also wer glaubt an Fake News und warum sind wir vielleicht anfällig für Fake News? Also Fake News können prinzipiell natürlich jeden treffen. Also ich glaube, jeder von uns hat bestimmt in seinem Social Media Account mal, ist mal auf eine Fake News Nachricht gestoßen, das ist ganz klar. Was das Thema Verbreitung angeht, spielen insofern natürlich, spielen einige Faktoren eine Rolle. Zum einen liegt es daran, der Mensch möchte natürlich immer ganz gern das hören, was er sowieso schon weiß und sich in seiner Meinung ganz gern bestätigen lassen. Das ist der Aspekt, den Elena auch gerade schon genannt hat, gerade bei politischen Gruppen. Wenn ich an irgendetwas eh schon ganz bestimmt glaube, dann werde ich eine Nachricht, die mich in meiner Meinung bestärkt, schneller weiterleiten, weil ich bin ja davon überzeugt, dass sie richtig ist. Und da liegt die Gefahr bei Fake News, dass man die gar nicht mehr wirklich hinterfragt, sondern einfach sie weiterleitet nach dem Motto, ah ja stimmt, weiß ich ja, das passt soweit und darum kann ich das weitergeben. Und ich sehe schon, ihr seid super aktiv hier auf Slido. Das ist richtig gut. Da kommen gerade auch schon Fragen rein zu vertrauenswürdigen Quellen. Die würde ich noch ein bisschen hinten anstellen, weil das machen wir dann eher in der zweiten Hälfte. Deswegen jetzt noch einmal die Frage an Lena und Benjamin. Habt ihr schon mal einen Verschwörungstheoretiker oder eine Verschwörungstheoretikerin interviewt? Weil das sind ja auch oft Menschen, die Fake News verbreiten. Also ich persönlich habe noch niemanden interviewt, jetzt Verschwörungstheoretiker. Ich habe es von Kollegen mitbekommen. Wir lassen die ja dann durchaus, versuchen wir natürlich verschiedene Stimmen dann auch zu Wort zu kommen, zu lassen. Und da einfach die verschiedenen Seiten gegenüber zu stellen. Aber jetzt persönlich, dass ich ein Interview mit einem Verschwörungstheoretiker geführt hatte, das ist noch nicht vorgekommen. Benjamin, wie ist es bei dir? Persönlichen Interviews habe ich auch noch keinen. Habe aber auch Demonstrationen schon, welche sprechen wir heute. Auf die Demonstrationen werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Da habt ihr noch ein paar Videos mitgebracht von einer Demo in Kempten. Jetzt aber noch mal zu euch, zu eurem Reaktionsalltag. Habt ihr denn insgesamt viel mit Fake News zu tun, wenn ihr bei der Allgäuer Zeitung arbeitet? Lena oder Benjamin? Benjamin, redet ja. Ja, wir haben natürlich mit Fake News auch zu tun. Das ist ganz klar. News werden viel verbreitet. Als Zeitung sind wir da natürlich auch eine Anlaufstelle für viele Personen. Vor allem eben unsere Artikel bei Facebook werden sehr stark kommentiert mitunter. Dazu muss man wissen, also wir stellen auf allgäuerzeitung.de zwischen 150 und 200 Artikel pro Tag online. Und die werden teilweise mit bis zu 500 Kommentaren bei Facebook versehen. Und natürlich sind auch da Kommentare mit dabei, wo die Nutzer versuchen, vielleicht unter dem Deckmäntelchen einer Zeitungs-Facebook-Seite Code-Theorien zu verbreiten. Und würdest du sagen, das ist mehr geworden? Also mehr als früher? Du bist ja jetzt schon seit 17 Jahren dabei. Also das definitiv. Es gab es früher natürlich auch schon. Allerdings weniger im digitalen Bereich. Also wir hatten auch, es gab auch schon vor 15 Jahren beispielsweise Leserbriefe, in denen die Schreiber irgendwelche abstrusen Dinge behauptet haben. Oder im realen Leben gab es natürlich auch schon den Versuch, Fake News unterzubringen. Ob gesetzliche Wortmeldungen bei Diskussionen waren oder Redebeiträge bei politischen Veranstaltungen. Also das gab es im Prinzip immer schon. Der Unterschied ist nur, früher musste ich mit meinem Gesicht, mit meinem Namen hinter meiner Aussage stehen. Heutzutage kann ich mich im Internet hinter einer falschen Identität verstecken, mir ein Fake-Profil anlegen und kann da meine Meinung in die Welt hinaustragen, ohne dass jemand weiß, wer überhaupt dahinter steckt. Und das ist die Gefährlichkeit. Ihr habt ja uns auch eine Präsentation mitgebracht. Bevor wir gleich zu der kommen, da werden wir auch mehr über Beispiele von Fake News erfahren, wollte ich euch nochmal fragen, wie ist das denn mit Fake News in Videos und in Online-Artikeln? Es gab ja neulich mal dieses Beispiel, dass die Nachricht rumging, in Corona-Schnelltests würden irgendwelche Parasiten sein. Hat sich dann einfach als Stofffasern herausgestellt. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt auf so eine Nachricht stoße und herausfinden will, ob sie wahr ist oder falsch? Also das Wichtigste ist erstmal überhaupt gar nicht direkt teilen oder das Liken und dem Ganzen da noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Ich glaube, in den meisten Fällen sollte man erstmal kurz durchatmen und sich das in Ruhe durchlesen und dann ist einfach ganz banal mal bei Google eingeben. Die Schlagwörter, die in dieser angeblichen Meldung oder in dieser Behauptung vorkommen, einfach mal bei Google eintippen und schauen, was denn andere Medien darüber berichten. Gibt es da irgendwelche Berichte schon? Gibt es da vielleicht sogar schon Faktenchecks? Also da kann man schon sehr, sehr viel machen. Und ansonsten natürlich auch gern mit Eltern oder Freunden drüber reden. Einfach mal deren Einschätzung einholen. Das ist auch immer sehr, sehr wertvoll. Am allerwichtigsten ist mit Sicherheit eine Frage, die man sich immer stellen muss und stellen kann. Nämlich das ist, kann das wirklich sein? Kann es wirklich sein, dass es diese Nachricht gibt, dass diese Nachricht zutrifft? Da kann man schon ganz viel einfach nur mit einem gesunden Menschenverstand machen, weil die abstruse und die krude irgendwelche Fakten und Behauptungen sind, desto unwahrscheinlicher sind sie natürlich auch. Und wie die Lena auch schon richtig gesagt hat, man kann auch einfach schauen, hier richten andere Medien auch darüber. Wenn eine Nachricht wirklich bahnbrechend innovativ ist, dann werden andere Medien die auch haben wollen und über die sie berichten. Wenn ich aber eine Nachricht nur auf einem privaten Blog finde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da nicht viel dahinter steckt. Jetzt schreibt hier eine Schülerin oder ein Schüler, dass eine Oma auf Facebook ist und sie verbreitet dort Fake News. Und die Frage ist, wie bekomme ich jetzt meine Oma dazu, das nicht mehr zu tun? Habt ihr da Tipps? Also wichtig ist natürlich, das Gespräch zu suchen. Das ist jetzt natürlich als vielleicht Schüler etwas schwierig, da seiner Oma dann versuchen, Tipps zu geben oder beziehungsweise sich darauf hinzuweisen. Wichtig ist es aber trotzdem einfach, dass die Fake News da wirklich nicht mehr verbreitet werden. Wichtig ist, dass man versucht, es auf einer sehr konstruktiven Ebene zu machen. Also wirklich keine Vorwürfe mit solchen Sachen wie, was für Breite sind du da für dummes Zeug, sowas sollte man natürlich nicht sagen, sondern einfach dann auch mit Fakten ankommen. Wichtig ist, dass man sich informiert, recherchiert, selber dann auch wirklich mit Fakten an die Oma hintritt und sagt, guck mal, das habe ich herausgefunden, das berichten seriöse Medien, diese Statistiken gibt es. Einfach, um dann wirklich auch mit einer guten Faktenlage argumentieren zu können und dann versuchen, sie da ein bisschen zu sensibilisieren für. Also ich nehme mit, die Oma durchaus ernst nehmen, aber ihr eben auch entgegentreten, wenn man informiert ist und sich informiert hat. Wir schauen jetzt einmal in eure Präsentation. Da habt ihr uns noch mehr Beispiele von Fake News mitgebracht. Und zwar solltet ihr gleich diese Präsentation sehen. Es beginnt mit einem Screenshot von WhatsApp. Und keine Sorge, falls euer Internet schlecht ist, ihr müsst ihn nicht alle durchlesen. Ich frage jetzt nämlich einfach mal Benjamin, was ist denn in dieser WhatsApp-Nachricht zu lesen? Worum geht es da? Also ich möchte die Nachricht erstmal kurz vorlesen, falls ihr dies auf dem Bildschirm nicht richtig ziffern können. In der WhatsApp steht folgendes geschrieben. Sag mal bitte allen Leuten in deiner Liste, dass sie den Kontakt mit Hannes Bochtler nicht annehmen sollen. Das ist ein Virus über WhatsApp und so weiter, der zerstört die ganze Festplatte und zieht sich die Daten runter. Wenn ihn einer deiner Kontakte erwischt, bist auch du betroffen, weil er sich durch die Liste frisst. Also kopier und schicken, drei Ausrufezeichen. Wenn dich die Nummer 0176 3066 4014 anruft, nimm ja nicht ab, Ausrufezeichen. Ist ein Hacker und es werden auch all deine Kontakte betroffen sein. Es ist heute Morgen auch von Antenne Bayern und RTL bestätigt worden, weiterleiten. Also sehr, sehr beängstigende Nachricht auf den ersten Blick. Oh, ein Virus auf meinem Smartphone will natürlich keiner haben. Aber es war dann letztlich doch nicht so schlimm, als ich es erst mal dargestellt habe. Also erstmal, stimmt es denn? Also kann man sich ein Virus einfangen, indem man eine Kontaktanfrage auf WhatsApp bekommt? Also Viren verbreiten sich in der Regel vor allem durch Links, auf die man dann klicken soll. Also Kontaktanfrage. Ich bin jetzt kein Technikexperte, aber mir wäre es noch nie untergekommen, dass man über eine Kontaktanfrage sich ein Virus einfangen kann. Das sind in der Regel tatsächlich Links, die verschickt werden, auf die man dann draufklicken soll. Aktuell gibt es da gerade ein gutes Beispiel, nämlich es kursieren WhatsApps, die angeblich irgendwelche Paketservices, die den Zwischenstand der Paketlieferung anzeigen sollen, wo man draufklicken soll, um zu gucken, wo mein Paket ist. Sowas sollte man definitiv nicht machen. Also da sollte man sich auch immer überlegen, habe ich wirklich was bestellt? Kann es wirklich sein? Und im Zweifel nicht auf Links klicken, sondern lieber auf das Kundenkonto beim Paketservice gehen. Jetzt ist das Beispiel, was wir hier sehen, ja ein relativ typischer Kettenbrief, wie sie tausendfach, millionenfach geteilt werden. Warum habt ihr denn ausgerechnet diesen Kettenbrief herausgesucht? Was wolltet ihr uns damit zeigen? Der Kettenbrief war ursprünglich als Schatz gedacht tatsächlich. Also der stammt aus dem Umfeld eines Allgäuer Fußballvereins. Und da wollten einfach Fußballer ihren Teamkollegen ein bisschen auf die Schippe nehmen und haben innerhalb der Mannschaft diese Nachricht verbreitet. Und dann ist dummerweise was passiert, was eben sehr häufig bei Fägenis passiert. Einer hat es, ob unbeabsichtigt oder versehentlich, weitergeleitet an Dritte. Dann war die SMS plötzlich außerhalb der Mannschaft und kursierte dann im ganzen Allgäu, im ganzen süddeutschen Raum. Die wurde tausendfach weitergeteilt. Und das hat dann dazu geführt, dass der genannte Spieler sogar Drohanrufe gekommen hat, weil sein Handynummer war ja mit dabei und musste dann tatsächlich seine Handynummer wegschieben, weil er sich nicht mehr retten konnte. Also ein Scherz, der mächtig aus dem Ruder gelaufen ist. Unser nächstes Beispiel ist auch wirklich nicht nett. Wir können einmal zur nächsten Folie gehen. Und da seht ihr jemanden, den ihr sehr wahrscheinlich kennt. Mesut Özil, der lange in der Fußballnationalmannschaft gespielt hat. Und das ist jetzt auch das Beispiel, wo wir euch gleich fragen werden, ob ihr über Slido mitraten wollt, was daran gefälscht ist, weil das Bild ist ein Fake. Aber davor reden wir einmal darüber, wie dieses Bild überhaupt entstanden ist. Deswegen, Lena, Benjamin, wann wurde denn das Foto verbreitet? Und was soll es angeblich zeigen? Das Foto stand aus dem Arzt 2018. Dazu muss man vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte wissen. Wir erinnern uns zurück, Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Die deutsche Nationalmannschaft war ja nicht sonderlich erfolgreich, leider. Und im Vorfeld gab es schon großen Wirbel um Mesut Özil, weil er sich zusammen mit dem Teamkollegen Emre Can und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hat fotografieren lassen. Dieses Foto hat vor der Weltmeisterschaft für sehr, sehr, sehr viel Wirbel und sehr viel Kritik gesorgt an Özil. Viele haben gefordert, er muss zurücktreten, sondern darf nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Dann geschah Folgendes, dass die deutsche Nationalmannschaft natürlich sang- und klanglos ausgeschieden ist. Özil ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Und ein paar Monate nach der WM gab es ein Spiel, das ebenfalls nicht zu den Glanzlichtern der deutschen Fußballgeschichte zählt, nämlich eine 0 zu 3 Niederlage in der Nations League gegen die Niederlande. Und am Abend bzw. morgen nach dem Spiel ging dieses Foto im Internet viral, denn es zeigt angeblich Mesut Özil, wer sich dieses Spiel anschaut auf einem interessanten Bildschirm und zwei Daumen hoch zeigt, während seine ehemaligen Teamkollegen verlieren. Ja, und jetzt seid ihr dran. Jetzt könnt ihr auf Slido schreiben, welche Stellen euch in diesem Bild vielleicht komisch vorkommen oder wo ihr denkt, das müsste man mal prüfen, ob dieses Bild wirklich so aussah im Original. Vielleicht ist es ja auch gephotoshoppt an der einen oder anderen Stelle. Schreibt mir einfach auf Slido, das kommt dann gleich hier bei mir rein. Wir sehen also hier den Özil, der sich angeblich über den Gewinn der Niederländer gegen Deutschland freut. Und ja, sehen das Spielfeld auf dem Fernseher. Wir sehen sogar den Ball in ganz klein. Und ja, es ist ein schwieriger Fake. Also es ist schwierig zu erkennen, aber ich sehe schon, die ersten Antworten kommen langsam rein. Ich warte noch mal einen kleinen Augenblick, bis ihr euch das Bild auch genauer anschauen könnt. Und gucke noch mal ein bisschen. Also wir sehen, der Özil, der trägt ein Adidas-T-Shirt. Er hat die beiden Daumen in die Höhe gereckt. Er steht vor diesem großen Bildschirm. Oben links in der Ecke ist diese Anzeige Niederlande gegen Deutschland. 3 zu 0 für die Niederlande. Wir sind offenbar in der Nachspielzeit oder das Spiel ist sogar schon abgepfiffen. Das weiß man nicht ganz. Es gibt die zwei Mannschaften und den Ball. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zur Auflösung. Wir haben so ein paar Ideen bekommen über Slido. Vielen Dank euch dafür. Und zwar sieht das Bild im Original so aus. Also ungefähr dasselbe, aber bessere Auflösung. Und oben links steht eben nicht Deutschland gegen Niederlande, sondern Sky Sport 2 Live. Eure Ideen waren, dass es vielleicht ein Deepfake ist, dass man vielleicht bei seinen Augen gucken kann und dass das Ergebnis falsch ist oder beziehungsweise dass Özil sich vielleicht nicht darüber gefreut hat. Und das ist natürlich die richtige Antwort. Özil hat sich anscheinend nicht über dieses Ergebnis gefreut, beziehungsweise wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist das nicht das, was das Bild gezeigt hat. Außerdem habt ihr noch geraten, die Toranzahl könnte falsch sein. Der Hintergrund und Özil sind beide im Fokus und er könnte rein editiert worden sein. Also da sind schon Profis am Werk bei euch, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Ist hier nicht der Fall, aber hätte natürlich auch gut sein können. Genau, Benjamin, vielleicht willst du noch einmal sagen, wie das jetzt, also wie sozusagen für dich die Auflösung ist und wie sie das jetzt gemacht haben. Also zunächst mal waren da wirklich ein paar ganz gute Hinweise von den Schülern mit dabei. Sehr, sehr gut teilweise. Genau hinschauen, man erkennt tatsächlich, wenn man genau hinguckt zu den einen oder anderen Hinweis, also zum einen ist tatsächlich die Spielstandanzeige auf dem Fake-Foto rein montiert worden. Wenn man genau hinzieht, dann kennt man auch, dass die Flucht nicht ganz zum Spielbildschirm passt. Also das ist mal der eine technische Hinweis, an dem man erkennen kann. Dann ist das Foto sehr, sehr stark verpixelt. Und daran kann man schon auch erkennen, dass das mit Sicherheit ein paar Mal bearbeitet worden ist, weil man kann davon ausgehen, dass jemand wie Mesut Özil, der bei Social Media x-tausend Follower hat, mit Sicherheit auch ein sehr gutes iPhone oder sonstiges Handy zur Hand hat, um ein gestochen scharfes Foto von sich aufzunehmen. Also das sind mal die beiden technischen Aspekte. Und dann gibt es noch Hinweise, an denen man es ebenfalls hätte erkennen können, nämlich wenn man ganz genau sich die Trikotfarben der Spieler ansieht, dann erkennt man, dass die eine Mannschaft ein rosafarbenes Trikot trägt und die andere Mannschaft ein blau-weißes Trikot. Wenn man sich ein bisschen mit Fußball befasst, dann weiß man, das können nie und nimmer Deutschland und die Niederlande gewesen sein. Ich erzähle nachher, was es tatsächlich für ein Spiel war. Und dann haben wir noch zwei Aspekte, wo jeder von uns theoretisch nachschauen kann, ob dieses Foto tatsächlich am Vorabend aufgenommen worden ist. Da muss man nur ein kleines bisschen im Internet nachrecherchieren. Das kann im Prinzip auch jeder machen. Wir könnten zum Beispiel schauen, ob Mesut Özil überhaupt noch die gleiche Frisur hat wie auf dem Foto aktuell. Fußballer sind bei Instagram sehr aktiv. Fußballer zeigen gern, wenn sie Frisuren haben, wenn sie sich neue Klamotten kaufen. Und da kann man einfach nur die Instagram-Seite von Mesut Özil aufrufen und schauen, hat der überhaupt aktuell diese Frisur oder hat der vielleicht inzwischen blonde Haare. Dann weiß man, okay, das kann nicht aktuell sein. Und man kann auch schauen, er trägt ein Adidas-T-Shirt, ob Adidas überhaupt noch sein Sponsor ist. Weil dazu weiß man auch, prominente Werben für bestimmte Marken und zeigen es auch bei Instagram. Also so könnte das jeder von uns nachprüfen, ob das noch aktuell ist. Und ich habe vorher schon gesagt, die Trikotfarbe passt nicht. Es ist in der Tat... Also Mesut Özil hat tatsächlich sich ein Fußballspiel angeguckt vor einem großen Bildschirm. Es war aber ein Champions-League-Spiel aus dem März 2015 zwischen Real Madrid in rosa und Schalke 04 in blau-weiß. Und das sind seine beiden ehemaligen Mannschaften. Und da die Daumen hoch zeigen einfach, dass er beiden sozusagen die Daumen drückt, weil er noch mit ihnen verbunden ist. Jetzt fragt eine Schülerin oder ein Schüler, ob man solche Fotos auch zurückverfolgen kann. Lena, kannst du uns dazu was sagen? Kann man das irgendwie nachprüfen, ob es das Bild schon mal gab? Ja, das ist in der Tat möglich. Also wenn Bilder im Internet verfügbar sind, dann gibt es die sehr, sehr schöne Option, dass man das Bild anklickt und dann einfach mit dem rechten Mausklick mit Google suchen, danach sucht. Und dann spuckt Google einem quasi die Bilder aus, die schon mal erschienen sind, sucht nach ähnlichen Bildern beziehungsweise sucht nach Zusammenhängen, in denen diese Bilder dann schon mal erschienen sind. Und da kann man dann sehr, sehr schnell herausfinden, welche Berichterstattungen oder welche Nachrichten in Verbindung mit diesem Bild schon mal verbreitet wurden. Und das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und das nutzen wir tatsächlich auch sehr, sehr oft, um eben genau solche Fakes dann zu entlarven. Also die Rückwärtssuche bei Bildern ist super hilfreich. Nicht nur, wenn man Journalistin und Journalist ist. Und da findet ihr auch ganz viele Anleitungen zu im Internet, wie man das genau macht. Weil hier können wir es jetzt nicht simulieren. Aber das könnt ihr auf jeden Fall euch zu Hause auch noch mal anschauen. Wenn wir jetzt auf das Özil-Bild gucken, das ist ja drinnen aufgenommen worden. Es gibt ja aber auch super viele Situationen, die irgendwie draußen spielen, auf der Straße. Wie kann man denn da vielleicht erkennen? Also gibt es da so bestimmte Anhaltspunkte, anhand derer man erkennen kann, ob das vielleicht eine Fälschung ist oder ob das so stimmt? Auf jeden Fall. Also wichtig ist immer, auf das Wetter zu achten. Vor allem auf die Jahreszeiten. Wir haben vier verschiedene Jahreszeiten bei vielen Fotos. Wenn natürlich Schnee im Hintergrund liegt, dann kann das Foto nicht im August aufgenommen worden sein. Ein guter Hinweis ist auch immer, dass man auf Schattenwürfe guckt. Also da kann man dann die Tageszeit ganz gut dran ablesen. Also Fotos, die mittags aufgenommen wurden, haben meistens dann einen anderen Schattenwurf, als wenn die Sonne schon sehr, sehr tief steht und beispielsweise Bäume in viel längeren Schatten dann werfen. Solche Sachen sind immer ganz gute Indizien. Der Schatten spielt auch eine Rolle, was Fotogeschoppte Fotos angeht. Weil es ist nämlich sehr, sehr schwer, wenn ich jetzt eine Person in ein Bild reinmontiere, den Schatten exakt so nachzubilden, wie er anhand des Sonnenstandes eigentlich sein müsste. Also da kann man einfach mal die Schatten auf den Fotos miteinander vergleichen und mal schauen, passt das wirklich alles? Oder ist da vielleicht irgendwas nicht ganz korrekt? Und was man natürlich draußen auch immer machen kann, ist einfach die Umgebung des Fotos sich anzugucken. Also gibt es zum Beispiel Nummernschilder oder Straßenkennzeichen? Gibt es irgendwelche Firmenschilder beispielsweise, die mir verraten könnten, wo das Foto aufgenommen worden ist? Weil wenn jetzt irgendwo im Hintergrund die spanische Flagge geht, dann wird ein Foto beispielsweise nicht in Paris aufgenommen worden sein. Jetzt hatte ja ein Schüler oder eine Schülerin gerade auch geraten, dass es vielleicht ein Deepfake sein könnte. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz sagen, was denn ein Deepfake ist? Benjamin, vielleicht willst du gleich da anschließen? Ja, also Deepfakes sind, sage ich mal, die Profivariante der gefälschten Bilder. Also das sind wirklich sehr professionell verfremdete, verfälschte Bilder oder auch Videos. Beispielsweise werden Köpfe von Prominenten in irgendwelche anderen Szenen reinmontiert, um vorzugaukeln, dass beispielsweise Angela Merkel sich zum Essen mit irgendwelchen Unternehmenschefs getroffen hat, obwohl das nie stattgefunden hat. Da ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, die zu entlarven. Aber auch da gibt es durchaus Methoden, wie das jeder von uns machen kann. Da braucht man gar kein großes technisches Equipment. Da hilft auch, vor allem genau hinzuschauen. Also Fake News, Deepfakes sind natürlich von Profis gemacht, aber auch die Profis arbeiten nicht hundertprozentig sauber. Das bedeutet beispielsweise, die Konturen passen vielleicht nicht. Der Kopf ist ein bisschen kleiner, als er eigentlich anhand des Körpers sein müsste. Also wenn man da genau hinschaut, dann kann man da schon auch was erkennen. Und was auch immer ein sehr, sehr guter Hinweis ist, bei Videos gerade ist das Thema Blinzeln. Der Mensch blinzelt sehr oft in der Sekunde. Und wenn bei Deepfakes, wenn ein Standfoto in ein Video reinmontiert ist, dann wird diese Person nicht blinzeln. Also daran kann man beispielsweise erkennen, dass es gefälscht sind. Also jetzt wissen wir auch, woher die ganzen Tanzenden und Singenden Obamas und Trumps auf YouTube kommen. Das sind nämlich auch, glaube ich, solche Technologien. Ihr habt uns jetzt noch vier Folien mitgebracht mit Tipps, wie man denn Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken erkennen kann. Und ich würde sagen, ihr könnt da einfach mal selbstständig durchgehen. Und dann sind wir auch am Ende mit der Präsentation und gehen wieder mehr in das Talk-Format über. Genau. Also es gibt natürlich einige Möglichkeiten, wie man schauen kann, ob dein Account tatsächlich ein wahrer Account ist oder ob da eine Fake-Person hintersteckt. Und das ist beispielsweise ganz klassisch bei Facebook der blaue Haken. Das sehen wir hier auf dem linken Account von Spiegel. Wenn der blaue Haken dran ist, dann ist dieser Account von dieser Person und von Facebook verifiziert und kann man auch davon ausgehen, dass da die Person auch dahintersteht. Also gerade bei Prominenten ist es natürlich oft der Fall, dass irgendjemand schnappt sich den Namen von Barack Obama oder von Donald Trump oder wem auch immer und macht da einen zweiten, dritten, vierten Account auf. Und wenn kein blauer Haken dran ist, dann ist dieser Account definitiv nicht der echte. Zu den Fotos muss man, zu den Beispielen muss man dazu sagen, wir haben uns freundlicherweise die Kollegen der Deutschen Presseagentur zur Verfügung gestellt. Die haben sogar eine richtige Verifikationsredaktion. Sprich, da gibt es Leute, die den ganzen Tag Fakten checken und schauen, ob wirklich Nachrichten dem Wahlsgehalt entsprechen, den sie auch vorgeben. Und von denen haben wir die dankenswerterweise zur Übung gestellt bekommen. Und genau, der blaue Haken ist auf jeden Fall ein Beispiel. Dann kann man natürlich auch schauen, gibt es diese Person auch in einem anderen Netzwerk. Also wenn jemand bei Facebook aktiv ist, dann ist er möglicherweise auch bei Twitter aktiv. Und da kann man natürlich auch schauen, gibt es da diesen Account, gibt es da auch den blauen Haken. Da kann man auch herausfinden, ob es die Person gibt oder nicht. Und dann gibt es noch ein paar Beispiele, wo wir wieder beim Thema gesunder Menschenverstand sind. Einfach mal genau hinschauen. Wir sehen jetzt hier zwei Beispiele eines angeblichen Accounts von Angela Merkel. Und wenn man sich da die Followerzahl ansieht, also das kann nie und nimmer Angela Merkel sein, weil die Bundeskanzlerin hätte sicher zig Millionen Follower auf ihrem offiziellen Account. Also die angegebene Zahl ist definitiv viel zu niedrig. Und auf jeden Fall wäre sie nicht erst seit 2010 bei den sozialen Medien, sondern definitiv früher, weil Angela Merkel ist ja schon doch eine weine Kanzlerin seit 16 Jahren. Und die wäre damit sicher schon viel länger mit dabei. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach auf einem Account zu schauen, gibt es da irgendeinen Link, der auf eine offizielle Seite geht. Also zu Angela Merkel muss man wissen, Angela Merkel hat keinen eigenen Twitter-Account. Alles Offizielle, das über Twitter in ihrem Namen verbreitet wird, das macht die Regierungssprecher Steffen Seibert. Und dessen Twitter-Account ist auch auf der offiziellen Internetseite des Bundeskanzleramtes verlinkt. Also wenn man auf die Bundeskanzleramtsseite kommt, dann kommt man automatisch auf diesen Account. Und da kann man dann eben erkennen, jawohl, das passt zusammen, beides zwei offizielle Seiten. Da kann man sich darauf verlassen, dass es richtig ist. Ja, jetzt habt ihr also erfahren, wie man auch die Authentizität von Accounts prüfen kann. Eine Folie gibt es noch und dann schließen wir auch gleich den Blog ab. Genau, man kann einfach auch diese Seite oder diesen Account einfach auch mal googeln und mal schauen, was gibt es für Berichterstattung darüber. Weil beispielsweise Prominente twittern ja immer viel mehr. Ob das jetzt ein, ja Donald Trump hat natürlich sehr viel getwittert, wobei da nicht immer alles ganz der Wahrheit entsprochen hat. Aber man wusste zumindest, der Account The Real Donald Trump war sein echter und dieser Account wurde dann auch im Medien zitiert. Wenn ich über diesen Account nirgends etwas bei Google finde, keine Berichterstattung, keine Quellenangaben, wenn er niemals zitiert wird, dann ist es mit Sicherheit ein Account, der mit höchster Vorsicht zu genießen ist. Vielen Dank für die Erklärung. Wir haben jetzt noch eine Schülerfrage dazu und ich glaube, wir können die Präsentation auch schon beenden. Und zwar, in welchem Zusammenhang treten am meisten Fake News auf? So wie ich die Frage verstehe, geht es da so ein bisschen darum, ist das eher im Politikbereich oder bei Stars oder so? Wo werden am meisten Fake News verbreitet? Also Fake News sind natürlich in vielen verschiedenen Bereichen da und immer präsent. Ich denke, dass in der Politik sehr, sehr viele Fake News verbreitet werden. Einfach mit dem Ziel natürlich, politische Strukturen vielleicht ein bisschen aufzubrechen, da die eigene politische Meinung beziehungsweise also durchzusetzen oder Unruhen reinzubringen. Da sind Fake News ein sehr, sehr beliebtes Mittel, leider. Aber wie gesagt, das gibt es natürlich auch in anderen Umfeldern und das kann natürlich auch einen großen Schaden verursachen. Und würdest du sagen, gerade im Politikbereich sind Fake News da auch erfolgreich mit? Also jetzt mal bezogen auf Deutschland, kann man sagen, dass hier Fake News schon zu irgendwelchen Auswirkungen geführt haben? Bestimmt, also mir fällt jetzt konkret jetzt erstmal kein Beispiel ein, aber Fake News haben durchaus eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, diese so große Durchschlagskraft, gerade durch diese Social Media, die werden halt wahnsinnig schnell geteilt, die verbreiten sich unfassbar schnell, wenn geliked wird und geshared wird. Und dann geht das quasi durch die Decke. Es erreicht so viele Personen, es beeinflusst so viele Personen. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, was für eine Macht Fake News auch wirklich haben. Man muss vielleicht dazu sagen, Fake News kann man im Prinzip in drei grobe Bereiche einteilen. Es gibt Fake News, die einfach nur als Scherz verbreitet werden wollen, wie eben unser WhatsApp-Beispiel, das wir vorher hatten. Der Scherz, der definitiv nach hinten losgegangen ist. Dann gibt es Fake News, weil Menschen Geld verdienen wollen. Also der wirtschaftliche Aspekt spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und eben vor allem, das ist mit Sicherheit der Hauptaspekt, wie von Ihnen auch angesprochen, Politik, also politische Meinungsmache. Fake News werden vor allem dazu benutzt, Emotionen auszulösen. Sprich, viele Nutzer verbreiten bewusst Hass und Hetz im Internet, schüren Vorurteile mit sehr einfachen Parolen, mit einfachen Schlagwörtern, wie beispielsweise Corona-Diktatur, Lügenpresse, auch einfache Vorurteile werden bedient, beispielsweise Ausländerhass geschürt. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil es vor allem die Leute anspricht, die sowieso schon vielleicht teilweise in diese Richtung denken und die sich natürlich dann bestärkt fühlen durch solche Beispiele und die aber auch gar nicht gewillt sind, diese Fake News zu hinterfragen, sondern die froh sind, wenn irgendjemand ihnen sozusagen das bestätigt, wovor sie es sowieso schon ganz. Jetzt fragt jemand, ob es stimmt, dass Fake News profitabler sind als seriöse Nachrichten, weil sie sich dann zum Beispiel schneller verbreiten. Lena, weißt du da was zu? Also grundsätzlich ist es so, dass der Fake meistens populärer ist als die seriöse Nachricht. Fake News, die bedienen sich ja daran, dass die sehr reißerische Überschriften verwenden, viel auf emotionaler Basis arbeiten, viel mit starken Adjektiven, die die Menschen natürlich mehr anziehen als jetzt. Ja, ich sage jetzt mal seriösere, vielleicht einfach ein bisschen ruhigere Überschriften oder Inhalte. Von dem her ist es natürlich so, dass Fake News die schneller verbreiten, dass die Leute da vielleicht auch eher draufklicken. Das ist ganz klar. Und da sind wir auch gleich schon beim Thema Fake News und seriöse Berichterstattung versus unseriöse Berichterstattung. Damit wollen wir uns jetzt im Rest der Zeit beschäftigen. Und meine erste Frage wäre, Lena, sollte ich denn zum Beispiel journalistischen Medien mehr trauen als jetzt Influencern oder Stars? Und wenn ja, natürlich warum? Prinzipiell ja. Also seriöse Medien ist ja so, es gibt ja in Deutschland den Pressekodex, der vom Presserat. Vorgelegt wird, wo sich jetzt mal die etablierten Medien daran halten, sich daran orientieren. Also da gibt es ja zum Beispiel ein ganz großer Punkt, ist diese Sorgfaltspflicht. Dass Journalisten sich dazu verpflichten oder selber sagen, wir recherchieren sauber, wir gehen unseren Quellen nach, wir nutzen zwei Quellenprinzipien. Wir veröffentlichen Dinge nur, wenn wir ganz sicher sind, dass sie stimmen. Wenn wir wirklich mit Experten gesprochen haben, die ausgebildet sind, also Personen, die da wirklich eine fundierte Meinung zu haben, beziehungsweise da auch Expertise zu haben, sowas, was man veröffentlichen kann. Dann ist natürlich auch so, wir sind auch nur Menschen, uns passieren ab und zu auch mal Fehler. Und seriöse Medien zeichnen sich dadurch aus, dass dann auch transparent korrigiert wird. Also wenn Fehler unterlaufen, dann wird es auch ganz klar kenntlich gemacht. Dann ist es so, wir schreiben dann, uns ist das und das passiert. Also natürlich in etwas anderer Formulierung, wir hatten das und das berichtet, das stimmt so in der Form nicht, so stimmt es. Und das dann wirklich auch veröffentlichen und dann vielleicht natürlich auch über Social Media und sowas verbreiten, dass ganz klar ist, das stimmt so nicht, aber wir haben das nicht absichtlich gemacht, sondern das passiert nochmal. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr schnell erkennen, was der jöse Medien sind und was nicht, weil eben diese transparente Korrektur ein ganz eindeutiger Hinweis ist, was nicht heißen soll, dass man jetzt Stars und Instagram und Influencern etc. überhaupt nicht vertrauen kann. Also da gibt es ja durchaus auch welche, die unter ihren Postings, unter ihren YouTube-Videos, ihre Quellen preisgeben, ganz klar verlinken, wenn sie sich zum Beispiel zu politischen Themen etc. äußern, dann wirklich auch Statistiken oder Nachrichtenseiten verlinken und sagen, da habe ich das her. Darauf basiert meine Meinung und dann ist da durchaus auch nichts falsch dran zu sagen, ja, da kann ich dann durchaus auch mal drauf vertrauen. Du hast ja gerade... Ein ganz gutes Beispiel dazu ist Rezo, der ja vor ein paar Monaten ein sehr viel beachtetes Video über die Zerstörung der CDU online gestellt hat. Wenn man sich dieses Video anschaut, das ist mit zig Quellen verlinkt. Er nennt die im Video, quasi jede Minute taucht irgendeine Statistik eine Quelle, auf der man selber nachgehen kann. Und ist zwar auch ein Influencer, aber der arbeitet auf jeden Fall auch, was die Quellen angeht, journalistisch so sauber, dass man sagen kann, jawohl, der hat sich intensiv damit befasst und arbeitet journalistisch. Lena, du hast ja gerade das Zwei-Quellen-Prinzip angesprochen, nachdem die seriösen Medien arbeiten. Was ist das denn genau? Also es gibt Quellen, auf die dürfen wir natürlich jetzt einfach so vertrauen, sage ich jetzt mal so salopp dahergesagt. Das wären quasi staatliche Quellen oder beziehungsweise von der Polizei. Das sind Quellen, wenn die Meldungen rausbringen zu Unfällen etc., dann dürfen wir darauf vertrauen und können das dann auch so veröffentlichen. Ansonsten ist es so, dass wir uns immer eine zweite Meinung dazu holen. Also in Berichten, sei es zum Beispiel zur Corona-Krise, wenn es jetzt um Impfungen geht oder zur Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern, da fragen wir nicht nur einen Experten oder einen Arzt, sondern holen uns auch noch eine Stimme vom Gesundheitsamt ein oder fragen noch einen zweiten Arzt, lassen vielleicht auch mal Krankenpfleger zu Wort kommen. Das ist einfach immer ganz wichtig, dass man verschiedene Menschen fragt und nicht nur einseitige Meinungen darstellt. Benjamin, jetzt hast du ja gerade Rezo angesprochen als positives Beispiel von jemandem, der seine Quellen auch offenlegt und eine Schülerin oder ein Schüler hat die Frage an dich, ob du dich von Rezos Pressevideo angegriffen gefühlt hast oder zumindest angesprochen. Naja, muss gestehen, ich habe es nicht in Gänze gesehen, sondern nur Ausschnitte. Also angegriffen fühle ich mich dadurch auf jeden Fall nicht, weil es natürlich freie Meinungsäußerung gehört zu einem öffentlichen Diskurs ganz klar dazu. Auch wir Journalisten müssen aushalten, dass man uns und unsere Berichterstattung kritisiert. Das ist ganz klar, das gehört dazu. Wir nehmen für uns heraus, dass wir Politiker kritisieren, dass wir ja auch das gesellschaftliche Leben kritisch begleiten. Also darf man uns auch kritisieren, wenn es in einem bestimmten Rahmen angeht. Also insofern habe ich mich definitiv davon nicht angegriffen gefühlt. Er hat seine Meinung begründet, er hat argumentiert und das muss man einfach so stehen lassen. Damit muss man klarkommen als Journalist. Das gehört dazu. Da sind wir ja jetzt schon so ein bisschen beim Kern des Journalismus auch angekommen und jemand fragt, dürfen Journalisten eigentlich frei über sensible Themen berichten oder muss man sich da immer ein Okay holen? Also bei der Redaktionsleitung, bei der Chefredaktion, bei den Zuständigen. Lena, wie ist das bei euch? Also generell ist es so, natürlich, wir dürfen Dinge nachgehen. Das ist ja irgendwie auch unser Job. Gerade vielleicht auch bei kritischen Sachen, dass wir da wirklich auch dahinter sind und da nachfragen. Bevor wir aber jetzt, wenn es kritische Themen angeht, bevor wir da wirklich in die Recherche rein starten, dann machen wir es in der Regel so, dass wir das im Team besprechen, dass wir dann auch zur Redaktionsleitung gehen, das mal absprechen, einfach nur, um nochmal eine andere Einschätzung abzuholen. Weil natürlich, man ist auf einem gewissen Feld da Experte, beziehungsweise man hat natürlich das jolanistische Handwerk auch gelernt, aber es schadet nie wirklich auch innerhalb der Redaktion, sich einfach nochmal eine zweite Meinung einzuholen, beziehungsweise auch eine dritte, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Es gibt natürlich gewisse Standards und Regeln. Lena hat vorhin schon den Pressekodex angesprochen, also auch bei sensiblen oder gerade bei sensiblen Themen gilt beispielsweise, ja, dass man Persönlichkeitsrechte beispielsweise auch schützt, wenn man über einen kritischen Fall berichtet, dass man eben nicht die Daten und die Adressen von irgendwelchen Leuten veröffentlicht. So etwas wird es nie geben. Wenn wir beispielsweise über eine Gerichtsverhandlung berichten, dann werden die Personen, die Angeklagten nicht mit Klarnamen genannt, damit man nicht nachverfolgen kann, wer das kritisiert. Weil die Persönlichkeitsrechte stehen natürlich an ganz hoher Stelle bei uns, wo ein Stellenwert mit Berichterstattung. Aber das gehört zum journalistischen Handwerkszeug einfach dazu. Und das weiß eigentlich jeder ausgebildete Journalist, hat das einfach in seinem Werkzeug Koffer drin. Jetzt habt ihr uns noch ein Beispiel mitgebracht, anhand dessen man sehr gut sieht, dass es nicht immer ganz einfach ist, zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit und das ist falsch. Also gerade wenn man zum Beispiel fragt, wer ist jetzt schuld an dem Unfall oder wie ist der Streit genau abgelaufen, kann das schnell sehr kompliziert werden. Und bevor wir das gleich anschauen, einmal an dich, Lena, die Frage, was war denn das für eine Demonstration, die wir da gleich ansehen werden? Genau, wir haben das Beispiel mitgebracht, weil das tatsächlich vor ein paar Wochen bei uns im Allgäu passiert ist, nämlich genau in Kempten. Da haben sich sogenannte Querdenker getroffen, um zu demonstrieren gegen die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen. Die Demonstration, die wurde im Voraus gerichtlich untersagt. Es haben sich dann aber trotzdem 1000 Teilnehmer waren es ungefähr getroffen. Es gab auch an die 300 Bußgeldverfahren, weil die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde. Und da wurden natürlich auch mehrere Videos aufgenommen, nicht nur von Journalisten, da waren viele Journalisten auch vor Ort, sondern natürlich auch von Passanten oder Demo-Teilnehmern. Dann schauen wir uns jetzt einmal das erste Video an. Es kommt von Facebook und wurde veröffentlicht von dem staatlichen russischen Nachrichtensender Rob Lee. Und dann schauen wir uns jetzt mal wieder zusammen. Und dann haben wir noch ein zweites Video von Allgäu TV. Das ist ein lokaler Fernsehsender und auch die haben über dieselbe Demonstration berichtet. Ich habe keinen Personalausweis. Das sind Bilder von einer Szene, die im Internet gerade die Runde macht. Aber sie zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der Ereignisse am vergangenen Samstag. Lena, warum habt ihr dieses Video oder diese beiden Videos für uns mitgebracht? Es handelt sich auch bei dem ersten Video jetzt um kein Fake-News-Beispiel im kassischen Sinn. Wir haben die mitgebracht, um einfach ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was so ein bisschen einseitige Berichterstattung alles auslösen kann. Also in dem ersten Video ist es ja so, dass ganz klar Sequenzen zusammengeschnitten wurden. Die sind auch wirklich alle so passiert. Man sieht aber nur, wie die Polizei durchgreift. Also man hat ständig diesen Hubschrauber, der da drüber kreist, der irgendwie so ein bisschen was Bedrohliches ausströmt. Und man sieht, wie die Polizisten Menschen abführen, wie sie sie in Handschellen legen, was natürlich alles so darauf hindeutet, als ob es gibt einem das Gefühl, die Polizeigewalt marschiert da ein und macht da mal ein bisschen tabula rasa. Was in dem Sinne natürlich ein bisschen problematisch ist, weil was man in dem Video nicht sieht, sind diese großen Menschengruppen. Also da wirklich diese Teilnehmer an der Demonstration, die da rumliefen. Man sieht auch nicht Menschengruppen, die zusammenstehen ohne Abstand, ohne Maske. Solche Bilder werden da nicht gezeigt. Das andere Video, da handelt es sich um eine Szene, die am Rande der Demo passiert ist, wo diese Frau von den Polizisten dann am Weitergehen gehindert wurde. Die war ohne Maske unterwegs und wurde angesprochen und sollte ihre Personalien zeigen. Was dann genau passiert ist, da ist natürlich ein bisschen großes Wirrwarr. Da hat sich die Polizei dann auch zugeäußert. Und was aber das eigentlich Schwierige an dem ganzen Fall war, man sieht ja auf der gegenüberliegenden Straßenseite, dass Menschen da Videos aufnehmen. Und Teile von diesen Videos, die sind natürlich auch im Netz gelandet, die sind auf Social Media viral gegangen, die sind in ganz Deutschland rumgeschickt worden. Und das Problematische ist, dass es einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Also es wurden dann ein paar Sekunden aus dem Video rausgeschnitten. Da wurden dann Texte dazu gestellt, wie diese arme alte Frau wurde abgeführt, weil sie keine Maske trug, ohne den ganzen Gesamtzusammenhang darzustellen. Und genau solche Sachen sind eben gefährlich. Das heißt, am Ende wissen wir einfach nicht, was genau da passiert ist. Die Frau sagt das eine, die Polizei sagt das andere und das wird vielleicht nicht genau aufgeklärt werden. Und zumindest hat Allgäu TV dann gesagt, dass es nicht das Gesamtbild zeigt, dieser Ausschnitt, richtig? Genau, für uns war das dann wichtig im Nachgang. Also wir hatten auch einen Kollegen, der dann sehr viel Zeit und Energie drauf investiert hat, diese Frau ausfindig zu machen, um auch die zu Wort kommen zu lassen, sondern nicht nur die Polizeiseite. Mit der haben wir natürlich auch gesprochen, auch mit der Polizeigewerkschaft, sondern auch die Frau zu Wort kommen zu lassen. Wie das aus ihrer Sicht der Dinge, was da genau abgelaufen ist und passiert ist. Und das ist eben das Wichtige, dass man wirklich immer mehrere Seiten beleuchtet. Und was da auf Social Media dann leider passiert ist, dass, wie gesagt, einfach nur einzelne Videosequenzen teilweise auch zusammengeschnitten, teilweise auch in andere Videos von anderen Demos in ganz anderen Teilen von Deutschland mit reingeschnitten wurden, wo damit einfach gar nichts zu tun hatten. Das heißt, als seriöses Medium sollte ich zumindest irgendwie darstellen, dass es mehrere Seiten gibt, die mehrere Ansichten vertreten und das einfach transparent machen. Jetzt kommt noch eine Schülerfrage rein zum Thema Fake News, nämlich wie häufig kommt es denn dazu, dass Fake News durch vertrauenswürdige Medien wie zum Beispiel die Tagesschau verbreitet werden? Benjamin, willst du vielleicht darauf antworten? Also da gibt es natürlich jetzt keine statistischen Erhebungen, aber es ist mit Sicherheit in vielen seriösen Medien auch schon mal passiert, dass sie versehentlich eine Meldung verbreitet haben, die jetzt nicht, wo es vielleicht irgendwie eine falsche Zahl mit dabei war oder die jetzt nicht so ganz hundertprozentig nachrecherchiert worden ist. Das passiert im Redaktionsvertrag mit Sicherheit auch mal. Bei der Tagesschau würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, weil die Tagesschau wirklich einen sehr großen Redaktionsstamm hat und auch Kollegen, die sich da wirklich intensiv mit dem Thema Faktencheck beschäftigen. Aber es passiert mit Sicherheit auch mal im Fernsehsender oder eben auch in der Tageszeitung, dass mal versehentlich eine falsche Nachricht verbreitet wird, aber das sind dann eigentlich keine klassischen Fake News. Fake News sind ja bewusst falsch dargestellte Nachrichten. Das sind dann eher vielleicht Meldungen, die jetzt ein bisschen unsauber recherchiert worden sind oder wo sich vielleicht auch im Nachhinein herausstellt, dass beispielsweise sich eine andere Faktenlage ergeben hat. Das hat man beispielsweise bei diesen Live-Berichterstattungen, die es gab, als zum Beispiel der Amoklauf in München war. Wenn da Fernsehsender live berichten, dann sind die natürlich vor Ort und versuchen natürlich die Zuschauer möglichst aktuell auf den neuesten Stand zu bringen. Da kann es natürlich sein, dass sich die Datenlage innerhalb von Minuten ändert, dass dann vielleicht Nachrichten zu Beginn, die zu Beginn genannt worden sind, sich in der Stunde schon wieder erledigt haben. Also das passiert mit Sicherheit immer mal wieder. Die Schüler fragen sich jetzt auch, was denn jetzt konkret vertrauenswürdige Quellen sind. Könnt ihr da vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen von, ich weiß nicht, Zeitungen oder Nachrichtenseiten oder so, die ihr vielleicht auch selbst lest, wo ihr sagt, so ja, da schaue ich gerne rein. Da weiß ich, da wird mir nicht der größte Schmarrn verkauft, sondern meistens ist das, was da steht, richtig und wenn nicht, dann wird es richtig gestellt. Lena, willst du vielleicht anfangen? Was liest du denn so? Also natürlich auf Lokalzeitungen kann man prinzipiell immer vertrauen. Das sind Journalisten, die sind aus der Region, die recherchieren vor Ort. Die haben alle dieses Handwerk gelernt. Also wie gesagt schon, das ist auch nur in gewisser Weise ein Handwerk. Die wissen, die vertrauen, beziehungsweise die halten sich an diese Sorgfaltspflicht. Wir korrigieren Transparentes und alles solche Dinge. Da kann man wirklich guten Gewissens in der Lokalzeitung lesen und dann auch darauf vertrauen, was da drin steht. Ansonsten natürlich die großen Fernsehsender für ARD und ZDF, wie der Benjamin schon meinte, da sind große Redaktionen dahinter. Da kann man auch auf die Infos vertrauen, die da verbreitet werden. Ansonsten können wir natürlich auch die Deutsche Presseagentur empfehlen. Also wie der Benjamin vorhin meinte, da gibt es zum Beispiel eine ganze Abteilung, die sich nur um Verifikation und Faktencheck kümmert. Da ist auch empfehlenswert, die veröffentlichen immer wieder Faktenchecks. Also vor allem zu Corona-Mythen oder sowas, da kann man gerne mal googeln. Da gibt es sehr, sehr schöne Faktenchecks, genauso wie das Online-Portal Korrektiv, die auch immer wieder Faktenchecks veröffentlichen, die auch sehr schön zu lesen sind und das dann auch auf Fakten basiert einfach Fake News entkräften. Benjamin, wie ist es bei dir? Also auf die großen Tageszeitungen kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall vertrauen. Also da gehören, ob das jetzt hier in Bayern die Augsburger Allgemeine ist oder bei uns vor Ort natürlich. Klar, wir als Allgäuer Zeitung haben natürlich auch den Anspruch, dass wir sagen, wir arbeiten sauber, wir sind vor Ort, wir können uns auch mal vor Ort ein Bild machen. Also das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, aber wenn was im Allgäuer passiert, dann kann bei uns jemand rausfahren, kann wirklich auch nachgucken, ob das wirklich alles so passt. Und stimmt, wir haben persönlich gute Drähte, um an Quellen zu kommen, aber ansonsten, klar, auch eine Süddeutsche Zeitung, eine Zeit, haben auf jeden Fall sehr gut arbeitende Redaktionen, wo man darauf vertrauen kann. Also wenn die was schreiben, dann ist das mehrfach geprüft und dann passt das auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja auf Smartphones oft so vorinstallierte Nachrichten-Apps, wo die Nachrichten so reinlaufen, teilweise auch aus externen Quellen. Und die Klasse 9a vom Gymnasium Königsbrunn fragt, ob man diesen vorinstallierten Nachrichten-Apps eigentlich vertrauen kann oder ob man dann eher auf eine richtige Nachrichtenseite gehen sollte, wo man weiß, das stimmt. Also Vertrauen kann man ihnen natürlich insofern, weil die ja nur die Nachrichten bündeln, die andere Nachrichtenseiten online stellen. Aber wir haben ein großes Problem dieser Seiten ist, setzt der sogenannte Filterblaseneffekt ein. Das bedeutet, die zeigen einem in der Regel vor allem das an, was man ohnehin schon eingetippt hat. Also wenn ich mich intensiv beispielsweise über das Thema Corona informiere, dann werden wir diese Seiten nur vor allem Nachrichten zum Thema Corona anbieten. Nichts anderes. Und da besteht sich dann die Gefahr, dass man sich thematisch nur sehr einseitig informiert fühlt. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende mit unserer guten Stunde über Fake News. Wir haben zum Abschluss noch eine Schülerfrage, die ich euch gerne stellen würde. Und zwar, was können Schulen denn tun? Wie können sie gegen Fake News vorgehen und dagegen arbeiten? Lena, was würdest du dazu sagen? Eine sehr spannende Frage. Also es gibt natürlich immer wieder die Forderung, dass Medienkompetenz in den Schulen stärker gefördert wird oder auch im Unterricht ganz klar besprochen wird. Ich denke, wenn man Social Media tatsächlich auch thematisiert und genau wie wir das heute gemacht haben, einfach mal ein paar Beispiele anspricht, ein paar Postings zeigt, wo man sagt, guck da mal genau hin, das ist kritisch. Oder solche Bilder wie das ÖSI-Foto. Einfach um Schüler auch ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was alles machbar ist mit der Technik, was man alles manipulieren kann. Und darauf ganz klar hinweisen, dass dann egal welche Altersgruppe, wenn man einfach dann auch im Internet unterwegs ist oder auf den sozialen Netzwerken und da werden einem Videos und Bilder ausgespielt oder natürlich auch Nachrichten, dass man einfach genau weiß, wo man drauf achten muss und dass man da ein bisschen vorsichtiger unterwegs ist. Zeitungen bieten häufig auch Aktionen an. Beispielsweise die Allgäuer Zeitung hat eine Aktion Zeitung in der Schule. Da können Schulen sich für einen bestimmten Zeitraum für Klassen die Zeitung abonnieren und dann die wirklich intensiven Unterricht durchsprechen. So etwas ist definitiv empfehlenswert, wenn man einfach mal ein, zwei Wochen lang sich intensiv mit Nachrichten beschäftigt und da einen guten Einblick gewinnt, wie das Ganze funktioniert. Damit sind wir am Ende mit unserem Talk zum Thema Falschinformationen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Ihr könnt gerne auch nach dem weiteren Programm für heute schauen und auch für morgen. Heute wird es noch um Corona gehen und die Frage, wie lange müssen wir das noch durchhalten? Morgen dreht sich ja alles um den Lokaljournalismus und die Arbeit dort. Im Nachgang bekommt ihr von uns noch einen Link zu einem Online-Fragebogen. Da könnt ihr die Veranstaltung bewerten und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke an Lena und an Benjamin für eure Expertise. Danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen und viel Spaß mit dem weiteren Programm.